Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ist er da? Ja Seitdem ich geboren bin, hat meine Mutter drei verschiedene Typen gehabt Ich habe keine Lust, jeden Tag diesen Idioten zu sehen Meine Mutter hat das Recht, zusammenzuleben, mit wem sie will Seit zwei Monaten macht sie mir das Leben zur Hölle Vielleicht rettest du mit ihr Hat sie dir nichts erzählt? Warte! Was ist los, Amad? So wie es aussieht, weiß sie alles Ich will nicht, dass sie zusammen sind Denkst du, das hängt von dir und mir ab? Wir gehen jetzt erstmal wieder nach Hause Du hast mir gesagt, das hier wäre unser Zuhause Für immer Du bleibst hier bei Maman Wieso tust du das? Was hab ich dir getan? Was hab ich dir getan? Lasse nicht zu, dass sie ihre Mutter kaputt macht Das ist ein missverstehenes Missverständnis Das uns seit Monaten das Leben zur Hölle macht Sie muss zurückkommen und sich die Scheiße ansehen Die sie meinem Leben angerichtet hat Entweder du behältst das für dich Und leidest darunter dein Leben lang Oder du erzählst deiner Mutter alles Sie hat das Recht, es zu erfahren Und leidest darunter dein Leben lang Ich bin die Staade Und leidest darunter dein Leben lang Ich bin die Schmerzen